herzlich willkommen zu einem webinar der firma evolution international mit mir christine baumann ich darf ihnen heute was erzählen zum thema weiblichkeit und wie man weiblichkeit ganzheitlich leben kann und was da alles dazu gehört das ist natürlich ein bisschen eine philosophische fragestellung und ein sehr weites feld ich erzähle ihnen einfach ein bisschen was über meine sicht der dinge und was wir als frauen tun können um ganzheitlich gesund zu bleiben mein name ist christine baumann ich bin heilpraktikerin ich beschäftige mich in meiner praxis schon seit vielen jahren mit den themen frauengesundheit magen darm gesundheit und stoffwechsel und immunsystem und habe eben schon ganz ganz viele frauen mit ganz ganz unterschiedlichen anliegen begleitet wenn sie fragen haben zu den produkten oder weitere webinar termine suchen dann schauen sie mal vorbei auf www.evolution-international.com frauengesundheit ganzheitlich betrachtet was heißt das eigentlich es ist tatsächlich so dass man beobachten kann dass die meisten patienten in naturheilkundlich orientierten praxen oder auch bei alternativen beratungen in der energetikapraxis oder bei der ernährungsberatung weiblich sind das heißt frauen suchen sehr viel häufiger unterstützung im bereich der naturheilkunde als männer das tun es ist also ein sehr sehr großer anteil an frauen die sich da interessieren und die da auch unterstützung wollen zu ganz ganz unterschiedlichen themen frau sein ist in der heutigen zeit nicht immer ganz einfach ich glaube dass es vielleicht zu keiner zeit ganz einfach gewesen ist auch wenn es ganz wunderbar ist wir leben heute in der zeit die sehr viele sehr unterschiedliche ansprüche an die frau an sich stellt wir haben immer noch eine sehr sehr große zahl an frauen die sexuelle übergriffe erleben auch im privaten umfeld auch im erwachsenen alter leider kommt es auch bei kindern immer wieder vor dass es zum missbrauch kommt aber auch frauen im erwachsenen alter werden sehr sehr häufig ja eben nicht nur belästigt sondern tatsächlich auch teilweise wirklich vergewaltigt und das ist sehr viel häufiger als man meint und das immer wieder erschreckend dass das eigentlich doch ein thema ist es sehr sehr viele frauen auch mit in die praxis bringen man meint es heute gar nicht mehr man denkt eigentlich das gehört irgendwie so in den bereich des mittelalters und mit der emanzipation wäre das alles irgendwie behoben dem ist aber leider nicht so es ist also es geht da nicht nur um anzügliche sprüche oder mal irgendwie einen übergriffigen touch oder so sondern es geht tatsächlich wirklich um körperliche gewalt die überhaupt nicht selten vorkommt gleichzeitig ist es so dass wir eben in einem sehr modernen umfeld leben in der frau alle freiheiten genießt die sie so genießen kann das heißt sie kann ihre entscheidungen freitreffen es gibt heute kaum noch einschränkungen was die berufswahl angeht zumindest in unseren breiten wir können ganz frei wählen ob wir astronautin werden wollen oder ärztin oder was auch immer oder ob wir wenn es denn die finanzielle situation zulässt ganz hausfrau und mutter sein möchten weil wir das frei so wählen das ist heute in der regel eine sehr sehr freie entscheidung natürlich nicht überall ganz gleich frei weil auch mit den steigenden kosten heutzutage oftmals eben diese freiheit zu hause zu bleiben und ganz das familienmanagement zu übernehmen nicht mehr gegeben ist weil es heutzutage sehr oft der fall ist das einfach um den haushalt zu finanzieren beide elternteile arbeiten müssen oder auch wenn keine kinder da sind mit miete und allem was da so anfällt dass eben beide zur arbeit gehen müssen und es eben nicht mehr diese möglichkeit gibt als frau sich eher anders zu fokussieren was daraus resultiert ist dass ganz oft frauen haushalt und familienmanagement beides gleichzeitig versuchen zu meistern und versuchen da die waage zu halten was natürlich auch wieder neue anforderungen und ansprüche mit sich bringt natürlich leben wir in zeiten in denen dann in aller regel die männer auch ihren beitrag im haushalt leisten und auch bei der kindererziehung eine große unterstützung sind und sich damit einbringen dennoch ist es so dass man schon sagen kann dass in den in vielen köpfen einfach immer noch die frau zuständig ist oder als ja primär zuständig ist für haushalt und kindererziehung so dass bei den frauen ganz oft ein bisschen mehr last liegen bleibt als bei den männern vor allen dingen deshalb weil die frauen selbst auch dieses bild nach wie vor haben verantwortlich zu sein dafür dass der haushalt läuft und dass die kindererziehung klappt was dazu führt dass eine ganze menge unsichtbarer to do's und unsichtbarer arbeit bei den frauen liegen man nennt es man muss ja immer neudeutsche begriffe dafür finden man nennt es heute mental load und hat da tatsächlich untersuchungen gemacht und festgestellt dass der bei den frauen um ein vielfaches höher ist als bei den männern nicht etwa weil die männer nichts beitragen wollen würden sondern deshalb weil die initiative davon meistens von der frau ausgeht also die frau hat den überblick welches welcher klassenkamerad der kinder wann geburtstag hat wo irgendwelche geschenke gekauft werden müssen was im haushalt alles fehlt welche medikamente in der haushaltsapotheke ausgegangen sind oder wieder aufgefüllt werden müssen und so weiter das sind alles to do listen die ganz häufig eher bei den frauen im kopf sind als bei den männern ist natürlich nicht immer so wir wollen das auch nicht pauschalisieren aber in den allermeisten fällen trägt doch die frau diese last die männer unterstützen und unterstützen gerne und wollen sich auch mit einbringen aber oftmals ist es so dass die eben nicht wirklich proaktiv diese dinge tatsächlich tun was gar nicht nur an den männern liegt sondern tatsächlich auch daran dass wir frauen oftmals das gar nicht ermöglichen weil wir die dinge so im griff haben wie wir sie im griff haben wollen und dann auch gar nicht den raum eröffnen sozusagen dass der mann hier sich ganz und gar einbringen kann ist ja auch nicht ganz einfach ich meine das ist eine ära die noch relativ jung ist mit dieser gleichberechtigung so traurig das klingt wir haben uns da noch nicht so richtig gut aufeinander abgestimmt und deshalb sind natürlich schon viele ansprüche eben nach wie vor bei der frau diese ära hat auch so ihre so sehr sie ihre freiheiten ihre vorteile mit sich bringt und die betonung auch der gleichberechtigung ich meine das sind ja dinge an denen wir nach wie vor arbeiten wenn man sich einfach das lohnen gefälle anschaut dann ist da noch nicht so viel mit gleichberechtigung auch bei ganz vielen anderen dingen wenn man ein bisschen tiefer bohrt ist da noch nicht so richtig viel mit gleichberechtigung dennoch ist es eben so dass es auf die gleichberechtigung hinausgehen soll und das bedeutet dass man als frau als moderne frau auch eine einen gewissen anspruch erlebt dass man emanzipiert sein sollte und das doch auch bitte ausleben sollte und ganz oft ist es so dass frauen da an sich selbst auch gesellschaftliche ansprüche stellen die extrem hoch gegriffen sind ganz oft ist es auch so dass tatsächlich von außen aus dem freundeskreis oder umfeld insbesondere im urbanen umfeld in den großstädten eben so gewisse vorbilder sind oder ideen eigentlich in den köpfen sind weil vorbilder dazu gibt es nur ganz wenige was eine frau nicht alles zu sein und zu tun hat und dann ist die freiheit die man vermeintlich durch diese emanzipation gewinnt ganz oft ins gegenteil gekehrt weil man eben doch dann eben wieder meint man müsse oder eben man nicht sondern frau müsse bestimmte dinge erfüllen in einer emanzipierten gesellschaft und bestimmte dinge umsetzen in einer emanzipierten gesellschaft ob das nun zu ihr persönlich passt oder nicht dazu kommt dass ich finde und da bin ich nicht die einzige die das findet sondern auch da gibt es untersuchungen dass wenn man mal genau betrachtet wie das so ist und wie das mit dem frauenleben so vor sich geht in der öffentlichkeit und in der gesellschaft ist es doch so dass guckt man sich die cover von frauenzeitschriften an oder guckt man auch so typische frauen sendungen im fernsehen sich an dann gibt es da ganz viele vorgaben was eine frau nicht alles zu sein hat und eigentlich kriegen frauen von klein auf von jung auf bereits in der pubertät über diese ideal bilder immer nur vorgegeben was sie alles nicht sind und was sie noch sein müssten noch schlanker noch größer noch schöner noch fleißiger noch emanzipierter ja selbst für die sexualität gibt es da in den frauenzeitschriften tipps wie man noch besser im bett wird inzwischen ist es so dass es auch völlig normal geworden ist dass irgendwelche schönheitseingriffe vorgenommen werden ob das nun die unterspritzten lippen sind die botox injektionen damit die falten nicht sichtbar werden oder sogar operationen im bereich der brust oder fettabsaugungen oder bis hin zum intim bereich sogar der mittlerweile auch einem gewissen schönheitsideal entsprechen muss ist es so dass frauen schon sehr sehr oft sehr stark nach wie vor auf ihre äußerlichkeiten reduziert werden und auch mit diesen äußerlichkeiten stark unter druck gesetzt werden und ich finde dass das eigentlich eines der großen gesellschaftlichen probleme ist und sehr sehr viel wichtiger wäre anzugehen als ob wir jetzt an ein wort ein in hinten dranhängen oder ein sternchen hin machen oder sonst irgendwie die sprache verunstalten damit sich möglichst alle irgendwie angesprochen fühlen ich würde es viel wichtiger finden dass wir dazu übergehen menschen und zwar alle menschen so sein zu lassen wie sie sind und sie in ihrer persönlichen schönheit wahrzunehmen und ihre persön und ihnen zu erlauben ihre persönlichen vorzüge und schönheiten zu unterstreichen ohne gewalt gegen sich selbst verüben zu müssen ja ich habe schon gesagt das ist ein sehr philosophisches thema ich möchte trotzdem einfach auch so ein bisschen auf das thema auf die themen eingehen die frauen einfach ganzheitlich sozusagen mitbringen in die praxis und die sind natürlich sehr sehr bunt ganz häufig ist es so dass frauen mit prämenstruellen syndrom oder menstruationsbeschwerden kommen also stimmungsschwankungen zyklus unregelmäßigkeiten im zyklus ich habe viele kinder wunschpatientinnen in der praxis das ist ein thema was sehr sehr stark zunimmt in unserer zeit ungewollte kinderlosigkeit das ist natürlich nicht immer nur von den frauen ausgehen das ist 50 50 mal ist es das schlechte spermiogramm mal gibt es irgendwelche themen bei der frau mal ist es auch einfach gemeinsam der stress aber es sind ganz häufig die frauen die dann hilfe suchen und die männer nehmen es meistens eher ein bisschen locker und so nebenbei hormonelle disbalancen ob nun im wechsel in der pubertät oder auch eben aufgrund von stress schon in der normalen fruchtbaren phase sexuelle unzufriedenheit oder libido mangel ist ein großes thema es gibt auch neubildungen in der frauenheilkunde die spezifisch sind und die in der naturheilkundlichen praxis durchaus auch begleitet werden können wie beispielsweise endometriose oder zysten bildung pco beschwerden oder myome wechseljahres beschwerden ist natürlich ein ganz ganz großes thema mit schwitzen schlafstörungen herzrasen und allem was dazu gehört ein ganz wichtiger faktor in der frauenheilkunde ist auch das thema schilddrüse weil das ganz oft mit rein spielt auch beim kinderwunsch oder bei den wechseljahres maßbeschwerden oder bei den zyklusunregelmäßigkeiten natürlich können auch männer schilddrüsen themen haben aber die frauen kommen eben einfach häufiger damit und frauen kommen auch häufig in die naturheilkundliche praxis oder in die energetische beratung weil sie sich aus irgendwelchen gründen eben emotional überfordert fühlen weil sie stress haben ob das nun in der arbeit ist ob das nun im privaten umfeld ist ob das nun eben diese gesellschaftlichen ansprüche sind die jedes leben manchmal schwierig machen ein ganz großes thema das eigentlich jede frau mitbringt in die praxis spannenderweise egal mit welchem thema sie körperlich kommt ist das thema verletzte weiblichkeit oder der wunsch nach mehr und intensiver gelebter weiblichkeit diese verletzte weiblichkeit kann ganz ganz viele gründe haben das sind natürlich auch klassischerweise die sexuellen übergriffe aber eben auch diese art der unterdrückung beziehungsweise dieser diese art des zwangs der äußerlichen ja wie soll ich sagen rechtfertigungen machen ganz viel mit der weiblichkeit und ich glaube ja wir frauen kennen das alle dass irgendwann mal schon einer einen kommentar gebracht hat zu unserer figur ob wir nun ihm zu dick oder zu dünn waren oder zu groß oder zu schlagsig oder ob die nase zu krumm oder zu schief oder zu rund oder was auch immer gewesen ist oder der busen zu groß oder zu klein ich glaube dass so ziemlich jede frau das schon erlebt hat dass sie aufgrund von äußerlichkeiten ja diskriminiert worden ist im persönlichen umfeld im sexuellen umfeld und das macht natürlich eine große verletzung und das ist ein thema das ganz ganz viele frauen mitbringen und ganz oft wird es einfach runter geschluckt und nicht darüber gesprochen und erst jahre später stellt man fest ganz viele psychische muster die sich im laufe des lebens entwickelt haben hängen vielleicht an einem blöden satz den man einfach damals nicht so betrachtet hat wie oder nicht so intensiv betrachtet hat wie er es verdient gehabt hätte und natürlich führen diese ganzen äußerlichen themen auch dazu dass frauen in die praxis kommen weil sie figurprobleme haben weil sie ihr gewicht reduzieren wollen oder nicht halten können weil sie fürs bindegewebe was tun können selbst die schlankesten frauen klagen über cellulite hier oder schwachstellen oder wie sagt man problemzonen dort oder auch andere schönheitsthemen dass vielleicht die haut nicht mehr ganz so viel spannkraft hat oder ist die haut irgendwie nicht mehr ganz so strahlt wie man es von sich gewöhnt war und so weiter und so fort und wir versuchen natürlich auch ohne ästhetische eingriffe auch diese themen wahrzunehmen und den frauen hilfe zu bieten indem wir das selbstgefühl das selbstwert wieder herrscht den selbstwert wieder herstellen indem wir natürlich auch diese figur und schönheitsthemen mit einbeziehen und unterstützen es gibt ein paar pflänzlein das ist natürlich ein sehr sehr weites feld ich könnte den ganzen abend über weiblichkeit reden und über was wir frauen für unterstützung uns holen können in der natur das feld ist wirklich riesengroß die natur an sich ist eine große unterstützung für uns frauen wir frauen sind sehr zyklische wesen wir sind sehr stark mit der natur verbunden manchmal vielleicht sogar menschen stärker als die männer mit der natur verbunden natürlich gehört die naturverbindung einfach zum menschsein dazu aber es ist so dass die die sogenannte natur magie auch in den alten gesellschaften in den alten religionen etwas war was eigentlich überwiegend weiblich gewesen ist wir haben einen sehr sehr starken bezug zur natur und das können wir natürlich auch positiv für uns nutzen auch in der natur finden wir zyklen und rhythmen und wenn wir es schaffen uns mit denen wieder zu verbinden dann finden wir auch unseren eigenen rhythmus wieder und so mag ich gerne mit einer pflanze anfangen die jetzt in dem letzten quartal schon sehr häufig vorgekommen ist bei evolution und in vielen podcasts und webinaren erwähnt worden ist aber es ist für mich einfach so die frauen pflanze schlechthin nämlich der frauenmantel sage mal ist ein echter frauenversteher und egal mit wem ich mich über frauengesundheit unterhalte ist immer eine der ersten pflanzen die erwähnt wird einer der ersten namen der feld einfach weil der frauenmantel wirklich die frau ein ganzes frauenleben lang unterstützt die liebe kollegin margret madaisky hat ein wunderbares buch geschrieben mit dem titel alchemilla da geht es natürlich nicht ausschließlich um den frauenmantel sondern auch um viele begleitpflanzen aber sie beweist mit diesem buch das übrigens mit sehr sehr viel liebe geschrieben ist und ein echter lesetipp ist dass eben diese pflanze uns eigentlich in jeder situation in irgendeiner form begleiten kann warum ist das so der frauenmantel gehört zu den rosengewächsen die rosengewächse sind den menschen generell sehr zugeneigt sehr zugewandt sind entweder wunderbare lebensmittel wie der apfel oder die kirsche oder die mandel oder die birne oder all diese wunderbaren erdbeeren himmbeeren brummen werden all das sind rosengewächse oder es sind ganz wunderbare tolle heilpflanzen die uns eben mit ihren gerbstoffen schon mal bakterien vom leib halten die starke wund heilende kräfte haben und so ist es auch beim frauenmantel dass er eben wund heilendes antiviral wird bakterien fändlich ist blutungen stillen kann beziehungsweise regulieren kann der frauenmantel wirkt zudem auch noch hormon regulieren und krampflösend deshalb ist er ein ganz ganz tolles mittel natürlich auch im zyklus ja er hat auch wenn man sich dieses blatt anschaut ich kann noch mal zurückspringen da sehen wir es leider nicht ganz so gut auf dem großen bild auf dem kleinen hier sieht man es ein bisschen er hat so diese wunderbare rhythmische signatur wenn man sich das blatt anschaut in der natur gehen sie mal raus in den garten und gucken sie ob sie ein frauenmantel finden also diese wunderbare signatur eigentlich eines rundmantels den wir frauen uns um die schultern legen können und der uns sozusagen schutz liefert und er zeigt uns eben auch diesen rhythmischen wuchs und dieser rhythmische wuchs zeigt uns eben auch dass er mit unserem frauenrhythmus ganz viel tut und den unterstützt weil er eben hormon regulierend wirkt er ist auch ganz ein ganz toller geld körper regulator also für die zweite zyklus hälfte er unterstützt die progesteron bildung er enthält zwar selbst keines aber er unterstützt eben die bildung dieses hormons und hilft damit eben pms entgegenzuwirken und allem was damit zusammenhängt auch menstruationskrämpfe lassen sich damit regeln wenn die blutung nicht richtig kommen möchte wenn zum beispiel junge mädchen in der pubertät irgendwie zwar merken der zyklus will kommen aber es läuft noch nicht wirklich regelmäßig und es ist irgendwie noch alles verstockt und verhockt dann kann man ihnen mit dem frauenmantel einfach bisschen unterstützung geben damit der zyklus in schwung kommt damit sie ihre weiblichkeit kennenlernen wenn frauen kinderwunsch haben der frauenmantel fördert einerseits die empfängnis und unterstützt andererseits die einnistung auch in den wechseljahren ist der frauenmantel eine begleitpflanze weil er hitze wallungen lindert weil er überschießende starke blutungen zum beispiel aufgrund von myomen regulieren hilft und weil er eben auch hier hormonell ausgleichend wirkt er hat diese einhüllende signatur er bietet uns auch so eine gewisse abschirmung gegen stress sodass wir ihn durchaus auch bei stress und überforderung verwenden können wenn wir das gefühl haben wir brauchen etwas wo wir uns bisschen einigeln können bisschen einmümmeln können dann ist der frauenmantel die pflanze die das von innen heraus sozusagen liefert der roger kalber matten hat auch ganz wunderbare bücher geschrieben zu mit seiner frau zusammen hildegard zu den signaturen der heilpflanzen und zu den wesen der heilpflanzen und der sagt das wesen des frauenmantels ist das verständnis der weiblichen rhythmen das klare ja zum frau sein das klare ja zu den weiblichen rhythmen und das ist doch was was wir frauen uns eigentlich alle wünschen dass wir ganz klar ja sagen können zu unserem frau sein und das frau sein vollständig genießen können und dabei kann der frauenmantel uns tatsächlich helfen in der volksheilkunde ist er auch als knochenheilmittel verwendet worden er ist zum zur stimmung zum stimmungsausgleich verwendet worden auch teilweise bei schlafstörungen eingesetzt worden also er hat sehr sehr viele eigenschaften das ist ja bei pflanzen immer so werden mich schon gehört hat weiß dass ich das dass es mich so begeistert dass eben frauen dass pflanzen so viele verschiedene talente haben echte multitalente sind und das gilt natürlich auch für den frauenmantel er ist natürlich nicht das einzige frauenkraut sondern es gibt noch viele mehr ich habe zum beispiel den rotklee noch mitgebracht der so eine einheimische unterstützung ist was die phytoestrogene angeht die sogenannten isoflavone ganz berühmt geworden für diese isoflavone ist das soja und dann hat es ganz lange die empfehlung gegeben wir sollten als frauen viel soja essen weil das den hormonhaushalt ausgleicht ich bin ja immer ein freund davon dass man guckt gibt es nicht auch eine pflanze bei uns zu hause die um uns herum wächst und bei uns heimisch ist die vielleicht die gleichen oder ähnliche eigenschaften hat und siehe da tatsächlich gibt es das nämlich der rotklee der hat genau die gleichen talente wie diese wie das soja wenn es eben um diese isoflavone geht und er ist bei uns heimisch natürlich hat auch der rotklee noch viele viele andere talente und nicht nur diese phytoserm diese phytoserm haben übrigens den ganz großartigen vorteil dass sie hormonell ausgleichend wirken serben heißt selektive estradiol rezeptor mechanismen das heißt die diese phytoestrogene docken an den gleichen rezeptoren an oder nicht rezept nicht mechanismen sondern modulatoren selektive estradiol rezeptor modulatoren diese phytoestrogene docken an den rezeptoren an der zelle an an denen auch die hormone andocken würden sie lösen aber nicht die gleiche intensität an hormon antwort aus sondern regulieren vielmehr deswegen ist es so dass wenn ein hormonmangel vorliegt dann gibt es eine linderung der symptome weil dieser rezeptor besetzt wird und eine milde wirkung ausgelöst wird in der zelle wenn ein hormon überschuss vorliegt dann helfen uns diese phytoestrogene auch weil sie eben ebenfalls an rezeptoren besetzen aber nicht die gleiche intensive wirkung auslösen wie das das normale hormon tun würde und dadurch dass die rezeptoren aber besetzt sind kann dann das hormon nicht mehr ansetzen und nicht mehr andocken und nicht mehr diese überschießende hormonreaktion auslösen also das heißt so eine hormon pflanze die wirkt eigentlich immer regulierend nichtsdestotrotz sagt man eben dass jetzt hoch dosiert die isoflavone dann nicht gefragt sind wenn es hormon abhängige tumoren gegeben hat das ist aber ohnehin was wo ich immer mit dem therapeuten dann sprechen würde dass ich da gut auskennt weil es eben in vielen fällen doch so ist dass man gerade mit diesen phytoseams bei hormonabhängigen tumoren wunderbar begleiten kann aber da muss man dann individuell schauen der rotklee wirkt außerdem noch antioxidativ und zellschützend antioxidativ heißt er fängt freie radikale ab freie radikale würden sonst unsere zellen angreifen und versuchen da irgendwie ihre ihre elektronen sozusagen abzuziehen und wenn das gelingt dann altert unsere zelle schneller das gilt für alle unsere zellen aber das gilt natürlich auch für die zellen der haut und für die zellen des bindegewebes und wenn so eine hautzelle altert dann sieht man das natürlich das heißt rotklee hält uns jung natürlich nicht nur an der haut sondern diese antioxidative wirkung die ist im ganzen system und wenn wir es auch bei anderen zellen nicht so gut sehen können wenn sie überaltert sind wollen wir trotzdem nicht dass sie über altern weil der zellstoffwechsel natürlich im idealfall bei der nicht überalterten zelle natürlich besser läuft als wenn die zelle überaltert ist rotklee verleiht dadurch dem bindegewebe mehr spannkraft rotklee befeuchtet haut und schleimhaut wer also zu trockener haut oder zu trockenen schleimhäuten neigt egal ob das jetzt die augen sind die immer trocken sind oder die nase die immer trocken ist oder ob das vielleicht auch die schleimhäute im intim bereich sind vaginal schleimhaut die ja auch zum beispiel in den wechseljahren mal zu trockenheit neigen kann das sind alles dinge wo man den rotklee zu hilfe nehmen kann weil er uns eben unterstützt und diese regionen die schleimhäute die haut wieder befeuchtet nachdem rotklee unseren östrogen haushalt regulieren hilft ist er auch eine ganz tolle pflanze eben gerade in den wechseljahren gerade dann wenn wir sorge haben dass sich vielleicht osteoporose entwickeln könnte weil das in der familie schon der fall gewesen ist weil die frau vielleicht eher zu den hageren personen gehört bei den festeren bei den runderen frauen ist das risiko für osteoporose meist niedriger als bei den ganz ganz dünnen frauen und wenn man da eben die sorge hat dass es vielleicht dazu kommen könnte dann ist rotklee eine der pflanzen die da helfen diesen knochenabbau diesen prozess auszubremsen und zu verlangsamen natürlich ist das wichtigste die wichtigste prophylaxe gegen osteoporose ist bewegung und die belastung der muskulatur dadurch werden auch die knochen stimuliert und dadurch wird der knochenabbau gebremst und gehemmt und da spielt auch noch vitamin d mit rein das wissen sie schon das ist aber nicht unser thema heute rotklee ist aber nicht nur für frauen in den wechseljahren eine wichtige pflanze sondern rotklee begleitet uns wieder ein leben lang wenn wir wollen er stärkt auch das weibliche selbstbewusstsein von jungen mädchen er kann unterstützend wirken wenn jetzt im kinderwunsch in während der kinderwunschphase die eisprünge zum beispiel ja wie soll ich sagen nicht ganz ausgereift sind und das ei irgendwie nicht springen mag und man dann östrogenisierung haben möchte wenn frauen zu pco neigen zum beispiel dann kann unter umständen der rotklee eine unterstützung sein dass man also in der ersten zyklushälfte mit dem rotklee den eisprung aktiviert und ankurbeln dann würde man beispielsweise in der zweiten zyklushälfte nach dem eisprung dann den frauenmantel geben so kann man also rhythmisieren und auch den zyklus unterstützen natürlich ist der rotklee da nicht die einzige pflanze gell so was können wir auch mit dem hopfen zum beispiel machen oder mit dem beifuß aber der rotklee ist eben eine pflanze die das sehr sehr gut kann und wie so viele andere pflanzen hat er eben auch viele talente er wird in der volksheilkunde auch bei depressionen eingesetzt weil er die stimmung hebt er wird auch bei erkältungen eingesetzt weil er eben wieder diese ganzen erkältungskrankheiten zurückdrängen kann er wird bei pilzinfektionen verwendet weil er fungizide eigenschaften hat man nimmt ihn bei magenentzündung weil er die schleimhäute pflegt man nimmt ihn zur hautregeneration auch nach operationen oder schnitten oder wunden weil er eben auf die haut sich sehr positiv auswirkt und er ist in der volksmedizin als eine der anti aging pflanzen schlechthin verschrien wenn man also einfach die spannkraft der haut und das innere leuchten wieder anknipsen möchte dann ist rotklee die pflanze die uns unterstützt wir können diese pflanzen als tee trinken sowohl den rotklee als auch den frauenmantel kann man gut als tee trinken es gibt die möglichkeit das als tinktur einzunehmen so eben auch zum beispiel von evolution es gibt von evolution auch ein kombi präparat wo wir die pflanzen in höherer dosierung als extrakt wirklich enthalten haben als trockenextrakt drin haben diese womans formel w4 kapseln sind insbesondere eigentlich für die frauen in wechseljahren gedacht können aber auch zum beispiel zur unterstützung oder zur östrogenisierung verwendet werden bei kinderwunsch oder vielleicht auch ein versuch einfach gemacht werden wenn ich das gefühl habe ich möchte so einen blumenstrauß haben der einfach meine weiblichkeit ganzheitlich unterstützt dann finde ich die sehr sehr fein zusammengesetzt rotklee und frauenmantel haben wir schon kennengelernt wir haben zusätzlich noch den granatapfel drin der als inbegriff der volksheit der 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 frau der weiblichkeit der weiblichen sexualität in der volksheilkunde gilt und er enthält sehr viel die elaksäure die elaksäure ist ein ganz ganz großes antioxidant ein ganz ganz großer krebsfeind auch wir haben das johanniskraut noch drin was uns unterstützt was die stimmung angeht was die stimmung aufhält was licht in die seele bringt johanniskraut ist außerdem auch antiviral unterstütztes immunsystem und hat viele 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 positive eigenschaften es ist eines der lieblings kräuter von paracelsus gewesen weil es so viele positive eigenschaften hat und wenn man einfach gar nicht weiß was man sich gutes tun kann dann ist meistens johanniskraut in irgendeiner form ein ganz guter ratgeber den hopfen hatte ich schon erwähnt auch als eine der pflanzen die östrogenisierend wirken und den schlaf fördern der salbei ist eine ganz wichtige frauenpflanze auch wenn es um die wechseljahre geht aber überhaupt auch macht der salbei etwas mit uns weil er uns die kräfte des jenen wieder vermittelt wenn wir also so ein bisschen zu sehr in unseren alltag gerutscht sind und zu sehr jangig unterwegs sind und immer stress haben und immer mit dem gasfuß auf der linken spur und eigentlich ganz stark unseren mann stehen müssen und uns dann wieder wünschen so ein bisschen zurück in die weiblichkeit zu kommen dann ist salbei die richtige pflanze weil der salbei eben jinn kräfte aufzeigt und vermittelt ich habe gesagt sexualität ist ein großes thema auch bei den frauen häufig deshalb weil die libido manchmal nicht so präsent ist wenn wir immer funktionieren wenn wir immer tausend dinge im kopf haben die noch abgearbeitet müssen abgearbeitet werden müssen dann sind das überwiegend ganz viele to do listen und dann ist ganz oft irgendwie auf der to do luste die sexualität nicht mehr so wirklich an erster stelle das hat natürlich ganz oft was damit zu tun wie sexualität gelebt wird das heißt es ist ganz oft nicht nur ein thema der frau sondern ein thema der dynamik eines pares wenn es aber tatsächlich so ist dass frau sagt eigentlich liegt es nicht an meinem gegenüber sondern der tut eigentlich viele dinge und das ist ja bei uns frauen oftmals was anderes geld also dass er uns vielleicht ein bisschen entlastet im haushalt dass er uns mal zu einem romantischen candlelight dinner einlädt dass man auch im alltag liebevoll und respektvoll miteinander umgeht das ist für uns frauen viel viel wichtiger als irgendwelche sexuelle akrobatik zumindest in den allermeisten fällen wenn wir also so einen partner haben und trotzdem ist es so dass irgendwie das mit unserer libido ein bisschen ins hintertreffen geraten ist dann gibt es auch hier pflänzlein die uns unterstützen können ein ganz wunderbares pflänzlein ist die damiana zum beispiel die ich sehr sehr mag weil sie eben nicht einfach nur eine ein libido stärker ein aphrodisiakum ist sondern weil sie auch wieder ganz großartige eigenschaften hat man muss jetzt auch keine sorge haben dass wenn man damiana einnimmt dass man sich dann in eine männer vernichtende nymphomanen verwandelt so funktioniert damiana nicht und man muss also auch keine angst haben dass jetzt irgendwelche dinge passieren nur wenn man damiana tinktur einnimmt also von einmal eingenommen macht das noch nicht gleich klick aber sie macht uns ein kleines bisschen entspannter und empfänglicher damiana hat durchaus adaptogene eigenschaften das heißt sie ist nervenstärkend sie hilft uns wenn wir viel stress haben sie hilft uns auch wenn wir so ein bisschen überfordert sind vom leben und vielleicht zu einer depressiven verstimmung neigen und da ein bisschen stärkung brauchen dann gleicht sie uns aus sie hilft uns dass wir gut durchatmen können bei den mexikanern heißt damiana der asthmer besen weil die damiana eben die atmung wieder verbessert und den brustraum weit macht traditionell kennt man sie bei lungenschwäche ich würde aber da durchaus auch das durchatmen im seelischen aspekt sehen wollen das bei der von der damiana gefördert wird also dass man einfach auch wenn man stressige phasen hat mal wieder dazu kommt zu schnaufen und durch zu atmen und in entspannung zu gehen und sie macht unglaublich fröhlich ich meine gucken sie sich diese blüte an das ist doch wie ein kleiner sonnenschein tatsächlich auch fürs gemüt und dieses licht das bringt sie auch in unser gemüt und wenn wir fröhlich sind und leicht sind und entspannt sind dann haben wir viel viel mehr sinn für sexualität und erotik als wenn wir völlig überfordert sind damiana ist mild aphrodisierend wird mild aphrodisierend auf beide geschlechter das heißt man kann das durchaus auch gemeinsam einnehmen man kann es als tee trinken als tinktur verwenden theoretisch könnte man damiana sogar rauchen und ist also jetzt keine reine frauen pflanze aber durchaus eine die ich für frauen auch sehr schön finde weil ich sie als sehr venusisch empfinde sie macht uns eben gelassen bringt uns in die entspannung hilft uns die dinge einfach etwas lockerer zu nehmen das das nützt uns auch wenn wir ein bisschen schwierigkeiten haben mit dem magen wenn der magen immer zu sauer ist weil wir immer zu viel stress haben damiana pflegt den magen und hilft auch hier die säure regulation wieder herzustellen so dass diese übersäuerung sich ein bisschen zurückziehen kann und damiana ist auch ein psychisches mittel nicht nur bei depressionen sondern auch bei ängsten das heißt auch menschen die viele mit ängsten zu tun haben und sehr stark in der anspannung in der in der verkrampfung schon fast sind können den versuchen machen mit damiana auch bei albträumen die regelmäßig auftauchen kann man damiana versuchen ich würde damiana übrigens auch bei migräne versuchen weil auch migräne etwas mit verkrampfung zu tun hat und damiana löst generell verkrampfung weil sie stark krampflösend wirkt sowohl auf seelischer ebene als auch auf körperlicher ebene ich habe sie auch gerne bei kinderwunsch patienten im einsatz weil sie eben die libido steigert was bei kinderwunschpaaren oftmals in keller geht und weil sie zweitens auch diese verkrampfung auf ein bestimmtes thema ein bisschen lösen hilft und den stress darauf so ein bisschen lösen hilft sie hilft uns einfach insgesamt weniger verkrampft zu sein sowohl körperlich als auch seelisch eine weitere frauenpflanze die uns schön hormonell ausgleicht und uns ganzheitlich unterstützt als frau ist shatterwari shatterwari ist ein spargelgewächs und wird in der ayurvedischen medizin sehr sehr viel verwendet insbesondere eigentlich für die frau aber auch tatsächlich für den mann wir kennen es bei uns im übertragenen vor allen dingen für den für die frau und setzen es viel bei der frau ein aber eigentlich ist es eingesetzt worden für beide geschlechter und zum hormonellen ausgleich es wirkt fruchtbarkeitssteigernd auf beide geschlechter es wirkt hormonell verjüngend und fördert insgesamt die langlebigkeit klassischerweise gibt man shatterwari wahnsinnig gerne bei in unseren breiten bei wechseljahrsbeschwerden wenn hormonell bedingte schlafstörungen im vordergrund stehen bei hitze wallungen überhaupt wenn die hormone so hin und her schwanken wenn die schleimhäute trocken sind shatterwari wirkt befeuchtend und nährend und kühlend und wirkt auch so ein bisschen innerlich ausgleichend und beruhigend das heißt auch so herzrasen in den wechseljahren lassen sich sehr schön mit shatterwari begleiten man kann es aber durchaus eben auch bei kinderwunschpaaren einsetzen man kann es durchaus auch bei jungen frauen mit zyklusunregelmäßigkeiten einsetzen und shatterwari nährt überhaupt die innere frau shatterwari nährt die weiblichkeit ist eben ein sehr sehr näherndes kraut das heißt man kann es auch nehmen zur allgemeinen unterstützung der weiblichkeit wenn man sich einfach so ein bisschen ein weiblicheres gefühl wünscht shatterwari ist da nicht die einzige exotin die wir versuchen können auch die jams wurzel über die habe ich ja schon beim im wechseljahrseminar viel gesprochen die jams wurzel ist auch eine ganz ganz spannende pflanze die ebenso hormonell ausgleichend wirkt wie das shatterwari auch tut jams wurzel enthält einen wirkstoff der heißt diosgenin und diosgenin wird um kann umgewandelt werden in körpereigenes progesteron in den 60er jahren hat man die jams als ausgangssubstanz verwendet für medikamente die hormonell wirksam sein sollten also pillenpräparate hormonersatztherapie präparate sind unter anderem aus der jams wurzel entwickelt worden und das hat einige frauenheilkundler hellhörig gemacht und die haben dann angefangen über diese wurzel selber nachzuforschen und bei den indigenen bei der indigenen bevölkerung wo die jams herkommt wird sie tatsächlich eben auch für ein ganzes frauenleben verwendet zur geburtserleichterung zur unterstützung der mens und 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 also mit ganz ganz vielen einsatzkräften kann man die jams eben auch versuchen gibt es als tinktur gibt es als creme präparate tatsächlich sogar gibt es bei evolution auch als hochdosiertes kapselpräparat und wir haben hier so ein schönes balance set bei evolution wo die damiana mit dabei ist und die jams mit dabei ist und das fit age 120 womans best was jetzt auch vom cardinal tinktur vom elf heißt was also insgesamt die weiblichkeit unterstützt das heißt wenn sie sagen ich kann mich nicht entscheiden welche der pflanz nicht nehmen soll ich will es mal im set versuchen dann wäre das vielleicht das richtige probierpaket für sie für die äußerlichkeiten oder überhaupt auch für den hormonellen ausgleich ist entgiftung und ausleitung in der frauenpraxis immer wieder ein ganz ganz häufig gefragtes thema und ist auch ein ganz ganz wichtiges thema zum einen ist es eben so dass wir ja über die haut sehr viel ausleiten können das heißt die haut tut das auch für uns wenn wir regelmäßig durchputzen dann muss die haut da nicht so viel arbeiten und dann kann sie einfach besser strahlen und leuchten und wir sehen einfach gesünder und jünger aus das bindegewebe hängt direkt mit der haut zusammen wenn wir übersäuert sind ist unser bindegewebe geschwächt das stört unsere spannkraft insbesondere unter der haut das stört auch die spannkraft des bindegewebes zum beispiel im blick auf zellulite und wenn wir übersäuert sind dann haben wir auch so ein bisschen so ein fahles gräuliches aussehen das heißt jetzt alleine schon wegen der wegen der optik und der schönheitsthemen mit denen frauen kommen ist entgiftung und ausleitung ein wichtiges und häufiges thema aber natürlich ist es so dass auch unser hormonhaushalt wesentlich stabiler ist wenn unsere leber nicht ständig überfordert ist weil unsere leber eben sehr sehr viel mit dem hormonhaushalt zu tun hat und den regulieren hilft wenn unsere hormone im einklang sind dann fühlen wir uns als frau ganzheitlich mit unserer weiblichkeit wohl wenn wir tatsächlich schwermetall belastungen haben dann stören die nicht nur unseren hormonhaushalt und machen uns unruhig und schlafstörungen und herzrasen sondern die verursachen auch starken oxidativen stress der fördert wiederum die hautalterung und natürlich auch noch viele andere unschöne dinge das heißt spätestens dann sollten wir dafür sorgen dass wir die irgendwie wieder loswerden und wenn wir regelmäßig ausleiten und entgiften dann stellen wir fest dass wir einfach wesentlich mehr energie für andere dinge zu zur verfügung haben dass wir uns viel freier bewegen können dass wir viel fitter sind und wir haben auch tatsächlich einfach deutlich bessere laune das haben schon viele viele festgestellt in den von die alten medizin wie soll ich sagen größen haben viele gesagt dass wenn man eben die laus auf der leber hat dann kann die laune nicht gut sein das heißt wir müssen die laus von der leber bringen das heißt wir müssen ausleiten und entgiften ein sehr sehr schönes set zur vor allen dingen zum zur unterstützung wenn wir jetzt das gefühl haben wir sind übersäuert übersäuerung kommt übrigens nicht ausschließlich aus der ernährung ja die ernährung kann ein faktor sein aber für mich ist der allerwichtigste faktor beim thema übersäuerung eigentlich das thema stress und wenn wir stark übersäuert sind dann sehen wir das vor allen dingen daran dass wir zum beispiel tiefe furchen in den fersen in den fußsohlen an der hornhaut haben da können sie noch so viel mit dem hornhaut hobel hingehen die kommen immer wieder solange man nicht wirklich entsäuert übersäuerung sieht man eben auch an der haut wenn die eher trocken eher faltig ist wenn die eher so ein bisschen fahl und grau wirkt wenn die haare auch eher dazu neigen zu fetten das sind alles säure anzeigen und natürlich führt übersäuerung langfristig zu einer erhöhten entzündungsbereitschaft wird übersäuerung langfristig zu rheumatoiden symptomen zu dingen wie zum beispiel einer gicht oder so und auch cellulite und bindegewebs schwäche sind ganz ganz eng vergesellschaftet mit übersäuerung das heißt wenn wir da ganzheitlich was für uns tun wollen dann ist es fein wenn wir die säuren rauskriegen und das können wir ganz wunderbar über die haut weil wir über die haut sehr schön säuren ausscheiden können wir sollten dazu die trinkmenge erhöhen und ausreichend trinken damit genügend lösungsmittel da ist um die säuren rauszuputzen und wenn wir das ganze sozusagen als set geben wollen dann haben wir eben das basen salz das wir für bäder für fußbäder verwenden können um über die haut die säuren auszuleiten den hautbalanceteil der eben auch entsäuernde oder basen bildende komponenten enthält und uns dazu animiert mehr zu trinken der entkomplex 1 ist eine kardinaltinktur die ganz auf das thema entsäuerung und durchputzen sozusagen ausgelegt ist auch zur unspezifischen entgiftung und wenn wir entsäuern wollen dann brauchen wir ausreichend mineralstoffe weil die mineralstoffe diejenigen sind die im körper eben basen bildend wirken die im körper die säuren abfangen und darum gibt es noch ein naturmineral komplett dazu wenn man also einfach mal das bindegewebe durchputzen möchte eine frühe kur machen möchte und sozusagen das innere leuchten wieder nach außen tragen möchte dann kann man mit dieser kur einfach mal loslegen man wird relativ schnell merken dass man weniger müde ist dass man leistungsfähiger ist und dass man auch einfach bessere laune hat und sich ausgeglichener fühlt mit so einer kur wenn man jetzt sagt das entsäuern wird bei mir nicht ausreichen ich habe tatsächlich den verdacht dass es da vielleicht schwermetallbelastungen gibt die dann hormonelles ungleichgewicht verursachen oder auch starken oxidativen stress dann brauchen wir noch ein paar andere komponenten und dann sind wir zum beispiel mit dem entlastungs und ausleitung set recht gut bedient da haben wir den koriander drin der dinge aus den depots heraus löst wir haben die schwarze walnuss drin die viele gerbstoffe enthält die dann das gelöste binden können und wir haben den löwenzahn mit drin der insgesamt die ausleitung anregt über die leber über die haut über die niere über die lymphe also der löwenzahn ist so ein universal ausleitungskraut meine empfehlung wäre auch wenn man jetzt hier diese kur machen möchte dass man drei tage bis fünf tage den löwenzahn schon startet bevor man den koriander startet einfach damit das was der koriander meistens recht schnell löst auch wirklich gleich direkt ausgeschieden werden kann weil der innere alchemist schon voll auf zack ist und damit auch wirklich die dinge gut gebunden werden können gibt es das teragold noch dazu als mineralerde die eben schön abpuffert was da an säuren ausgeschieden wird und sie ist auch eine sehr sehr schöne unterstützung falls es doch ausleitungskrisen geben sollte dann kann man eben hochdosiert mit dem teragold sie abfangen falls die haut reagieren sollte über die ausleitung kann man eben masken machen oder umschläge machen mit wickeln mit diesem teragold pulver das entlastet die haut ganz wunderbar und sie können natürlich auch fußumschläge machen um die ausleitung sozusagen noch zusätzlich zu unterstützen mit dem teragold auch ohne dass vielleicht auf der haut sich schon was gezeigt hat ja schönheit kommt eben von innen wir brauchen wenn wir nach außen schön sein wollen und das wollen wir frauen nun mal weil wir uns als frau ganzheitlich wohl fühlen wenn wir auch unser spiegelbild mögen das ist uns so anerzogen da kommen wir auch gar nicht drum rum das ist ja auch in ordnung wir dürfen ja gerne schön sein und unsere schönheit unterstreichen ich finde nur dass wir uns nicht zu sehr darin aufhängen sollten aber natürlich können wir an dieser stelle ganz viel für uns tun von innen heraus indem wir eben das bindegewebe stärken gebindegewebe stärken und indem wir die kollagen bildung unterstützen es ist so dass das bindegewebe so eine struktur ist die sich eben in der unterhaut befindet das ist wie so ein gerüst und das muss einerseits stabil stehen und andererseits muss es aber schön elastisch sein wenn es nicht stabil steht oder wenn es porös wird dann sehen wir das weil es dann eben eindellungen gibt und sozusagen weil das gerüst in sich zusammenfällt und dann fehlt der haut die spannkraft dann gibt es kleine fältchen oder es gibt eben dann auch dellen wie cellulite die sich über den körper verteilen das heißt das was wir brauchen ist diese kollagen bildung weil das kollagen in dem bindegewebe die fasern elastisch hält und damit wir das kollagen nähren und das bindegewebe damit stärken können wir uns mit kieselsäure helfen oder auch mit zink vitamin c ist ein ganz wichtiger faktor das kriegen wir natürlich überall in der ernährung das sollten wir aber dann entsprechend auch unterstützen die aminosäure l lysin gehört zu den pflanzen die das bindegewebe stärken die das kollagen unterstützen und es gibt dann eben pflanzen lysin ist keine pflanze sondern aminosäure die das kollagen stärkt entschuldigung und es gibt dann pflanzen wie beispielsweise den schachtelhalm oder den vogelknöterich oder gut oder auch die brennessel die einerseits kieselsäure liefern und es deswegen entsprechend die das bindegewebe nähren und andererseits ebenso wie der vogelknöter also alle vier pflanzen eigentlich das bindegewebe reinigen weil sie eben über die niere auch ausleitend wirken auch hier gibt es wieder ein set wenn wir nicht wissen wo wir anfangen sollen mit dem beauty hyaluron da ist msm drin was also auch mild ausleitend wirkt und wir haben kieselsäure aus dem aus dem bambusextrakt also in organischen verbindung die sehr sehr schön resorbiert wird und wir haben die aloe noch mit drin zusätzlich zu einem natürlichen hyaluron das heißt alles was die haut braucht um aufgepolstert und befeuchtet zu sein ist übrigens auch eine schöne mischung wenn wir eine bänderverletzung haben oder unsere bandscheiben unterstützen wollen auch dann überhaupt bindegewebige strukturen wenn wir die unterstützen wollen dann ist dieser beauty hyaluron komplex recht fein auch unsere sehnen bänder und knorpel sind bindegewebige strukturen und zur ergänzung sozusagen gibt es dann eben das den zink komplex wo wir zink und vitamin c zusammen haben was wir für die kollagenbildung brauchen und zum putzen die brennessel die auch einfach ein schönes haar macht ja die brennessel hat man früher den pferden gefüttert bevor es auf den verkaufsmarkt gegangen ist weil die brennessel ein schönes glänzendes fell macht wenn wir also unsere haare unterstützen wollen die schönheit unserer haare unterstützen wollen dann ist die brennessel die pflanze schlechthin ganz abgesehen davon dass sie insgesamt die schönheit fördert weil sie eben das bindegewebe stärkt und gleichzeitig über den niere ausleiten hilft säuren ausleiten hilft und auch entsprechend die haut entlastet und bei hauterkrankungen sehr schön regulierend sein kann wir brauchen natürlich auch einen ausgleich für die seele wenn wir können wenn wir uns von außen fraulich und schön fühlen ist das fein aber ich habe eben eingangs schon gesagt wir haben heute sehr sehr viele ansprüche an die frau und es gibt sehr sehr viele dinge die auf uns einprasseln die wir unter einen hut bringen wollen und müssen und da brauchen wir natürlich auch ein bisschen unterstützung damit einfach unsere nerven gut funktionieren damit wir wirklich gut bei uns bleiben können das kann man natürlich mit nervenstärkenden vitalstoffen wie den b-vitaminen oder den aminosäuren l tryptophan und l tyrosin machen mit denen man sich unterstützen kann ich finde aber tatsächlich auch ganz ganz wichtig eben dass man die seele nähert und das geht nicht mit vitalstoffen sondern das geht mit kleinen ritualen das heißt selbst wenn der alltag noch so stressig ist lohnt es sich einfach kreative bei pausen irgendwie einzubauen und eine kreative pause ist für jeden was anderes ja die einen haben irgendwie eine künstlerische ader und setzen sich irgendwo hin und malen etwas und wenn es nur eine viertelstunde ist und dann dauert es halt ein halbes jahr bis so ein bild so aussieht wie man es gerne haben möchte die anderen sitzen einfach gerne irgendwo in einer schönen eingerichteten kuschelecke und bauen ihre kreativität aus indem sie tagträumen auch das ist erlaubt es ist die idee so einer kreativen pause ist nicht dass man schon wieder produktiv sein muss das darf frau wenn es ihr gut tut und wenn sie das gefühl hat dass ihr das was gibt aber frau darf in so einer kreativen pause auch einfach mal ganz jenig sein und sich zurücklehnen und sparen entspannen und einfach mal auf sich ein wirken lassen was dafür eindrücke aus der natur aus dem umfeld oder auch aus dem inneren oder wenn man möchte aus dem göttlichen aus der inspiration einen sozusagen ja besuchen wenn man sich einfach mal kurz ein paar minuten zeit nimmt durchzuschnaufen und das geht wirklich auch in den größten stressphasen dass man ganz bewusst sagt da zu dem und dem zeitpunkt baue ich mir jetzt eine viertelstunde pause ein mit einer schönen tasse tee setze mich in einen bequemen sessel oder in irgendeine ecke oder auf eine parkbank oder stellen mich einfach vor die tür in die sonne und genieße die natur und atme durch ich habe eben schon gesagt die verbindung mit der natur ist für uns frauen ganz besonders wichtig und es ist wunderschön wenn man sich wieder mit dem jahresrat beschäftigt mit den jahreskreisfesten beschäftigt das kann man völlig religionsfrei machen da muss man jetzt gar nicht auf irgendwelche bestimmten göttinnen oder göttlichen richtungen gucken oder das christentum gucken sondern man kann das wirklich ganz individuell gestalten einfach indem man sich an die jahreszeiten hält es gibt eine sommersonnenwende und eine wintersonnenwende und eine frühjahrstag und nacht gleich und eine herbsttag und nacht gleich und damit haben wir schon mal vier eckpunkte und wenn man das jahresrat vervollständigen will dann gibt es immer auf der hälfte dazwischen eben auch noch so begebenheiten wo man einfach ganz viel gewinnen kann wenn man sich einfach auf diese zeiten kurz konzentriert wenn man sich erlaubt spazieren zu gehen und zu beobachten was passiert jetzt in der natur wir haben jetzt im moment frühjahrstag und nacht gleiche da guckt man mal raus und guckt einfach mal was passiert mit der natur was tut die natur was zeigt uns die natur was macht das mit unseren rhythmus ganz schön ist es wenn man den baum in der nähe hat den man immer wieder besuchen kann und den man dann einfach beobachtet wie er sich so im laufe des jahreskreises verhält wenn man auch um den baum herum schaut wie verhalten sich die pflänzlein die um den baum herum wachsen welche pflänzlein zeigen sich zu welcher jahreszeit und welche pflänzlein verhalten sich zu welcher jahreszeit in welcher weise das klingt so banal aber das tut uns frauen so gut weil es eben zyklen sind die wir beobachten und weil wir eben auch in einklang sein wollen mit unserem zyklus ob das nun tatsächlich noch der fruchtbare zyklus ist oder ob wir den lebenszyklus meinen weil wir vielleicht schon über die fruchtbare phase hinaus sind und in den in die phase der weißen frau eingetaucht sind das ist ganz egal letzten endes geht es einfach darum die rhythmen des lebens wahrzunehmen und das geht nirgendwo so gut wie in der natur und letzten endes geht es natürlich auch darum diesen eigenen rhythmus gut wahrzunehmen und den nicht ganz außer acht zu lassen auch wenn das in unserer gesellschaft nicht immer ganz einfach ist kann man doch versuchen auch seinem eigenen rhythmus ein bisschen nachzugeben und eben zu schauen wo stehe ich denn wie geht es mir denn und passt das was ich gerade tue alles in diesen rhythmus hinein oder tut es mir vielleicht gut mal ein bisschen mehr auf rückzug zu gehen oder bin ich gerade in der phase wo ich eigentlich lieber gerne hinausgehe und in gesellschaft bin ganz fein ist es auch wenn man frauenkreise wieder pflegt das ist bei uns ein bisschen so aus der mode gekommen ist aber eigentlich für uns frauen was ganz wunderbares wäre für männer übrigens auch was ganz wunderbares wenn sie männerkreise bilden würden aber für uns frauen ist das ein bisschen typischer dass wir uns gemeinsam treffen ob das ist zum monatlichen kaffeekränzchen oder zum gemeinsamen handarbeiten musizieren zum gemeinsamen malen oder vielleicht irgendwie trommel rituale zu vollmond oder auch rituale ohne trommel zu vollmond und neumond das ist jeder frau und jedem frauenkreis selbst überlassen aber es tut uns gut uns mit frauen auf augenhöhe auszutauschen ohne dass wir uns dabei miteinander vergleichen das ist die ganz große kunst es geht nicht darum sich mit den anderen frauen zu vergleichen sondern wirklich einen raum zu schaffen in dem jede frau sein darf wie sie ist und natürlich gibt es auch wieder pflänzlein die uns unterstützen die uns hormonell und auch nerval sozusagen ausgleichen können und da ist ashwagandha ein ganz ganz großes kraut auch wieder aus dem ayurveda das die nerven beruhigt und jetzt bei depressive verstimmung oder angstzuständen und im stress ganz ganz wunderbar hilfreich sein kann weil es eben hilft uns so ein bisschen gelassener und ruhiger zu machen gleichzeitig steigert ashwagandha die konzentration und die leistungsfähigkeit so dass wir auch einfach mehr schaffen und ashwagandha fördert den schlaf so dass wir dann auch gut regenerativ schlafen können und gut erholt wieder in den alltag starken starten können ashwagandha kann noch vieles andere geld es ist ein ganz wichtiges kraut wenn es um demenzen geht die vorbeugung vom demenzen geht wenn also demenz in der familie schon irgendwie ein thema ist dann schadet es nicht frühzeitig damit anzufangen ashwagandha hat immunmodulierende eigenschaften ashwagandha wirkt virenfeindlich wirkt krebsfeindlich wirkt in allgemein verjüngend hat auch positive auswirkungen auf die gelenke und 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 sie wissen schon pflanzen können so so vieles wenn es um die nerven geht und um den stress geht dann finde ich schisandra auch noch ein ganz ganz tolles kraut oder eine ganz ganz tolle pflanze schisandra beere ist eine pflanze oder eine beere die für die leber sehr gut ist und die leber ist ja sehr wichtig wenn es um den hormonellen ausgleich geht weil sie da eben regulierend wirkt schisandra schützt unser lebergewebe das heißt es verändert den stoffwechsel der leberzellen so dass sie gifte nicht so stark aufnehmen und gleichzeitig regt schisandra auch die entgiftung der leberzellen also den leberzellstoffwechsel ganz massiv an wenn es schon leberschäden gibt die man eben zum beispiel als schlechte leberwerte im blutbild sieht kann man mit schisandra versuchen diese leberwerte zu verbessern in der traditionellen chinesischen medizin ist schisandra eines der mittel die man zur verjüngung nimmt und zum ausgleich der chinesischen fünf elemente wenn die elemente ausgeglichen sind sind wir in unserer mitte und dann können wir als frau eben ganzheitlich unsere weiblichkeit leben schisandra hat aphrodisierende eigenschaften steigert also die libido hat adoptogene eigenschaften fördert also den stress schisandra verbessert den schlaf wirkt krebsfeindlich wirkt depressionen entgegen und ich habe ganz oft von frauen die rückmeldung bekommen die schisandra genommen haben ach das macht mich so herrlich gelassen das macht mich so herrlich gelassen und gelassenheit ist etwas was tatsächlich jenig ist also eigentlich ist gelassenheit eine eigenschaft der frau und wenn wir da wieder hinkommen wollen dass wir uns mal zurücklehnen können und sagen können ich lasse die dinge mal zu mir kommen dann ist schisandra eine der pflanzen die uns da helfen kann es gibt einen super schönen komplex den ich sehr 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 mag von evolution wenn es darum geht stress zu bekämpfen und stress zu begleiten das ist diese sta komplex sex cardinal tinktur die ist ein echtes stärkungsmittel und tonikum und macht aber gleichzeitig auch wunderbar gelassen hier kommen mehrere stress adaptogene zusammen zum einen die rosenwurz die so für mich für die frau eigentlich das lieblings adaptogen ist weil sie eben auch so was ganz venusisches und rhythmisches hat dann ist aber die tiger wurzel noch mit dabei die auch so ein bisschen jangig ist und so ein bisschen eine vorwärtsgehende kraft gibt das jangige brauchen wir frauen auch für unsere weiblichkeit zum beispiel brauchen wir für das orgasmus erleben ein gewisses jang wenn uns also das jang ganz fehlt dann fehlt uns die spannkraft und dann klappt es mit der sexuellen erfüllung zum beispiel auch wieder nicht zusätzlich zu rosenwurz und tigerwurz ist auch schisandra drin die ich gerade erklärt habe der cordy zeps ist drin das ist ein pilz der eben die körperlichen und geistigen leistung leistungsfähigkeit steigert so dass wir uns besser anpassen können an herausforderungen es ist der hafer mit drin der hafer macht nerven wie drahtseile und fördert den inneren rhythmus es in mangostin und gurana drin die den stoffwechsel aktivieren und gleichzeitig radikalfänger sind das heißt wir tun auch was für unseren stoffwechsel und damit indirekt auch für unsere figur wir haben propolis und gelé royal drin die ja sowieso in der bienenmedizin als sehr universal heilkräftig wirken oder bekannt sind und eben das immunsystem unterstützen und verjüngend wirken wir haben damit einen komplex der eben die leistungs die leistungsfähigkeit steigert der uns vitaler macht der uns konzentrierter macht der uns auch hilft wenn wir uns von irgendwas erholen müssen weil er die rekonvaleszenz zeit verkürzt und dieser sta komplex hilft auch auf emotionaler ebene ein gesundes maß zu finden eben zwischen der aktivität dem yang und der entspannung dem yin da eben schön in einem einklang zu sein da ist dieser sta komplex ganz ganz wunderbar geeignet natürlich nicht nur für die frau der tut auch männern gut aber heute ist das thema halt die frau und auch die frau hat stress was ich noch sehr sehr schön finde für die weiblichkeit ist der seelenbalsam tee ein bisschen könnte man da auch frau und tee drauf schreiben natürlich ist das echter seelenbalsam diese blüten die da drin sind weil sie uns gelassen machen weil sie uns ja entspannen weil sie unsere seele streicheln aber es sind eigentlich auch alles pflanzen die durchaus mit dem frau sein was zu tun haben die zitronenmelisse macht sie stärkt das herz den magen und die nerven und macht uns milde macht uns sanftmütig auch gegen uns selbst ja wenn wir wir sind oftmals zu streng mit uns selbst und dann bringen uns kleinste verwerfungen aus dem takt und aus dem rhythmus und da ist die melisse eine pflanze die wirklich ganz ganz fein die weiblichkeit und das frau sein fördert und die gelassenheit fördert natürlich kann man die melisse auch alleine nehmen aber ich finde sie jetzt hier im tee ganz wunderbar die malve oder auch käse pappe ist eine ganz ganz tolle schleimhaut pflanze die die schleimhäute stärkt und unterstützt egal ob wir jetzt eine schnupfennase haben oder ob es irgendwo vaginale trockenheit zum beispiel gibt oder auch verstopfung im darm auch das kann mit einer trockenen schleimhaut zu tun haben die malve befeuchtet und nährt die schleimhäute und beruhigt gleichzeitig auch das gemüt ist auch so eine schöne blüte die einfach ganz viel auch mit dem frau sein zu tun hat der spitzwegerich kühlt uns ein bisschen wenn die stimmung aufgeheizt ist wenn wir reizbar sind das ist so ein feuerlöscher sowohl für die schleimhäute auch fürs gemüt und hat sowas ganz zentriert ist aber auch was ganz astrales so eine pflanze die uns gut in unsere mitte bringen kann die ringelblume mein gott wenn man die anguckt dann muss die gleich gute laune machen ich finde die entlockt einem sofort so ein gewisses lächeln und macht das gefühl von sommer und hält natürlich die stimmung auf und sie hat so was ganz balsamisches so wie wir das für die haut kennen die ringelblume ist ja ein echter balsam für die haut und auch wieder für die schleimhaut aber auch für die seele ist sie ein echter balsam der uns unterstützt und nährt die bergmelisse der bergtee ist ein kraut das uns sehr sehr unterstützt wenn wir kraftlos geworden sind der stärkt die nerven ist ein echtes stressadaptogen und der die bergmelisse erfrischt so das heißt wenn wir so ein bisschen wieder so ein kick für den alltag brauchen dann hilft uns die bergmelisse thymian durchwärmt uns und ermutigt uns thymian steht für den mut das heißt wenn wir unsere weiblichkeit wirklich auch mutig nach außen leben wollen dann ist der thymian eine große unterstützung das gänseblümchen ist ein ganz tolles universal heilmittel und ein ganz ganz wichtiges kraut wenn es um seelische wunden geht natürlich hat das gänseblümchen auch wundheilkräfte auf der haut und im äußeren aber eben auch auf seelische wunden und das gänseblümchen ist das pflänzlein schlechthin wenn es um sexuelle übergriffe geht wenn es um macht und ohnmachtsthemen geht und das muss gar nicht immer die vergewaltigung gewesen sein das kann eben auch mal ein spruch gewesen sein wo wir uns sexuell verletzt gefühlt haben das kann zum beispiel auch eine geburt sein die eine traumatische erfahrung gemacht hat bei all diesen dingen ist das gänseblümchen das mittel der wahl auch dann wenn wir das gefühl haben dass eine seelische verletzung entstanden ist weil wir uns zu unrecht behandelt gefühlt haben dann ist das gänseblümchen das was hier diese seelische wunde wieder heilt die pfefferminze hat starke neutralisierende kräfte macht außerdem im tee sowas wunderbar erfrischendes die kornblume ist auch wieder eine blüte die uns sehr sehr unterstützt und die schleimhäute stärkt und die rose die möchte ich noch mal gerne extra vorstellen weil die rose für mich so dass in der inbegriff von weiblichkeit ist in der blüte sozusagen wenn man so drauf schauen möchte sie umschmeicheln und sie harmonisiert und sie ist eben eigentlich ja der die blüte die am allermeisten diesen roten aspekt der weiblichkeit also die gelebte venus kraft vermittelt und symbolisiert sie stärkt die weibheit weiblichkeit ganzheitlich von innen heraus sie wird nicht umsonst die königin der blumen genannt und die rose unterstützt uns dabei dass wir als frauen uns selbst als königin königin in unserem eigenen reich wahrnehmen ob wir sie nun als ätherisches öl verwenden ob wir sie im tee trinken oder ob wir sie vielleicht in der lotion eingearbeitet haben und in der kosmetik verwenden sie ist ja durchaus auch bei dem hyaluron splash zum beispiel mit drin wenn man einfach so eine erfrischung braucht der duftet auch wunderbar auch da ist die rose mit drin also auch von außen aufgetragen hilft uns die rose die königin im eigenen reich zu sein und die rose hat eben diese einhüllenden kräfte die eine liebevolle umarmung machen immer dann wenn wir ganz dringend eine liebevolle umarmung und harmonisierung brauchen und damit gleicht sie uns aus gleicht unser seelenleben aus und unterstützt uns ganzheitlich die rose wird in den alten rezepten in alten kräuterrezepten aquavite oder teriak rezepten die also fürs lange leben und für die königinnen und könige gemacht waren durfte die rose nicht fehlen weil sie als verstärker und als harmonisierende kraft unter den einzelnen elementen einzelnen mitteln gegolten hat und deswegen hat man sie eigentlich immer mit ins rezept hineingenommen sie hat eine leicht antidepressive wirkung sie hat leicht angstlösende effekte sie ist als ätherisches öl ganz wunderbar begleitend bei liebeskummer zum beispiel oder überhaupt bei weiblichem kummer und verletzter weiblichkeit deswegen ist sie für mich so der inbegriff von von ganzheitlichen frau sein und musste einfach nochmal so einen besonderen stellenwert kriegen sie pflegt die schleimhäute sie macht die haut schön sie unterstützt den blutdruck und das herzkreislauf system ein echtes allround mittel und universal heilmittel vor allen dingen aber eben für die weiblichkeit ja damit bin ich schon durch heute mit meinen vorschlägen was wir tun können was wie wir uns unterstützen können als frau als ganzheitliche ganzheitlich gelebte frau warum empfehle ich die produkte von evolution weil es ein wirklich wunderbares kleines unternehmen ist bei dem wir produktionen und auch die ausgangssubstanzen regional gewinnen was also nicht irgendwo von weißgut woher angekarrt wird wir haben rein substanzen wir haben keine tierversuche wir haben keine zusatzstoffe in den produkten drin wir haben eine sehr schöne bio verfügbarkeit ganz intelligente zusammensetzungen auch was die resorptionsfähigkeit angeht was auch die synergie effekte der einzelnen substanzen untereinander angeht und die kräutertinkturen werden nach spagyrischen grundsätzen hergestellt was sie eben sehr ganzheitlich wirksam macht weshalb sie eben nicht ausschließlich auf körperlicher ebene wirken sondern auch sehr sehr schön auf geist und seele wirken damit haben wir eben mittel die ganzheitlich zur gesundung und zur transformation beitragen auch wenn es um das thema frau sein geht wenn sie mehr zu den produkten von evolution wissen wollen schauen sie vorbei auf www.evolution-international.com wenn sie mehr von mir wissen wollen dann schauen sie vorbei auf www.jump-on.eu ich habe auch zwei bücher geschrieben wenn sie das eine oder andere nachlesen möchten dann schauen sie da gerne mal rein ich danke ihnen sehr fürs zuhören wünsche ihnen noch einen schönen feierabend und freue mich wenn wir uns im nächsten webinar wieder sehen dankeschön und auf wiedersehen